Dieses Video ist ein Reupload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten, und willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. Und wir gucken dann jetzt noch einmal weiter. Wir waren... Genau, ich habe letztes Mal noch gesehen, dass diese eine Puppe gerne erschossen werden wollte. Weil da steht Shoot Me. Machen wir einfach noch mal auf. Können wir die auch mit dem Messer schlagen? Jo. Hätten wir diese Puppe überall kaputt machen sollen? Weil die Puppe habe ich ja schon öfter gesehen. Hier ist nämlich auch noch eine, und soweit ich weiß, im Speicherraum auch noch. Sollen wir die jetzt überall kaputt machen? Und was haben wir davon, wenn wir die kaputt machen? Bringt uns das irgendwas? Jedenfalls explodieren die dann so lustig. Diese Wackelkopfdinger, meine ich jetzt. Ich meine, hier wäre auch einer gewesen. Ja, hier unten, ich sehe ihn. Bringt das irgendwas? Naja, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich möchte ja jetzt nicht meine ganze Zeit hier verschwenden. Indem ich nach dieser einen Puppe suche überall. Kann ich eigentlich selber auch Wände kaputt machen, wie hier zum Beispiel? Nein. Weil ich habe bei Tjulfa gesehen, oder bei irgendwem anders, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das Spiel bei anderen Leuten auch noch angeguckt. Also aber nur bis zu den Stellen, wo ich halt schon war. Sonst nicht. Ich habe nicht irgendwie schon vorsorglich geguckt oder so. Ich spiele das hier immer noch blind. Nur ich habe das so gesehen, dass sich bei anderen hier Daddy durch diese Wand durchgeschlagen hat. Mit seiner Schaufel. Dafür hatten die nicht diese Erfahrung, dass sich Mia durch die Wand mit der Kettensäge durchgesägt hatte. Gut, ich glaube, hier ist nichts weiter. Wir gehen wieder zurück in den Bereich, wo wir jetzt eigentlich sein sollten. Denn so wie es aussieht, können wir die Wand hier nicht einfach kaputt machen. Jetzt gehe ich wieder in eine Hocke. Denn jetzt wird es wieder gruselig. Denn das sind jetzt hier wieder... ...die... ...der Bereich, den wir noch nicht kennen. Vielleicht finden wir ja einen Weg, uns diese Flinte zu holen. Ich habe oben aber auch gesehen, dass es da noch eine weitere Flinte gab. Und... ...an die kommt man vielleicht eher ran als an die. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir waren hier oben noch nicht in die entgegengesetzte Richtung. Also wir sind in eine Richtung gegangen, haben aber in die andere Richtung noch nicht geguckt. Die Oma ist immer noch hier. Was passiert, wenn wir die angreifen? Wir können die gar nicht angreifen. Wir können die Oma nicht angreifen. Ach, hier in die Richtung war das. Aber hier ist auch nichts, oder? Hier ist gar nichts. Aber wir haben von letztem Mal... Ich habe was gehört. Und es klang nicht menschlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. So ein... ...oder sowas. Vielleicht war es ja nur eine Katze. Hier waren wir noch nicht, oder? Doch, das ist die Bar. Das ist die Bar. Wir haben aber... Genau, wir haben noch dieses Video. Dann schauen wir uns das doch einfach mal an. Spielen wir jetzt wieder einen Kameramann? Von mir. Ethan, please watch this. Okay. Ethan, wenn du dies findest... Ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist. Was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt. Das war nicht ich. Ich weiß... Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Okay. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Jetzt müssen wir Mia spielen. Okay. Wir können ja nur hier geradeaus lang, oder? Was ist das denn jetzt für ein Bereich? Nein. Warum geht die Tür denn jetzt zu? Dann haben wir ja nur noch diese Richtung hier, ne? Hier drüben, Mami. Mami? Der Babysitterjob. War die etwa bei denen hier beim Babysitterjob? Was ist das? Oh nein. Nein, 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 nein. War die etwa hier? Hat die bei denen etwa diesen Babysitterjob gemacht? Deswegen hat die wahrscheinlich auch gerade Mami gesagt. Okay. Nein, nein. Wieder zurück. Ich muss mich verstecken. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Nein, nein, geh weg. What the fuck? Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Ich glaube... Mia? Lebt noch. What the fuck? Wir hätten da nicht lang gehen dürfen. Wir hätten da nicht lang gehen dürfen. Okay. Okay. Genau. Ich habe eben ein Versteck gefunden. Ich war nur so blöd. Und bin ihr dann hinterher gelaufen. Was ich nicht hätte tun sollen. Ich dachte, ich müsste das tun. Bleib dann jetzt gleich mal hier. Ich glaube, Mia lebt noch. Und sie zeigt uns jetzt mit diesem Video, wo sie ist. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ist die Tür zu? Sie ist noch da. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Ich begreife euch überhaupt nicht. Okay. Okay. Hier sehe ich... ...da muss eine Spinne. Wo muss ich denn jetzt hin? Bin ich hier versteckt? Bin ich hier sicher? Kann ich hier runter? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, die waren verheiratet oder verlobt. Was machen Verlobte denn so für gewöhnlich? Sie lieben sich doch, oder? Das muss nicht heißen, dass die irgendwas zusammen planen. Kannst du bitte... Nein, 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 nein. Oh, nee. Bleib genau da, du kleines Miststück! Geh bitte weg. Du warst ein böses Mädchen. Wo muss ich denn hin? Aber es hat hier gespeichert. Es hat hier zwischengespeichert. Hier ist Müll, okay. Ich glaube, jetzt verstecke ich mich einfach mal hier. Ich glaube, hier kommt sie nicht hin. Oder? Ich hoffe es zumindest. Ich habe gerade von hier was gehört. Geh bitte einfach nur weg, Margaret. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir Mia irgendwann mal spielen. Aber... Man sieht's ja. Nein, 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 komm nicht hierher. Nein, nein. Komm wirklich nicht hierher. Sie hat sich... Eben ist sie in die andere Richtung gegangen. Guck jetzt bloß nicht hier hin. Ist sie gerade wieder reingegangen? Sie ist da hinten. Dreh dich nicht um. Nein, nein, komm nicht hierhin. Geh einfach wieder weg. Bitte. Bitte. Da ist sie. Ich sehe sie. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Hörsen. Und was machst du? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ihr öffnet euer Zuhause. Ich wollte nie dahin. Jetzt kann ich das benutzen, okay? Ah, okay. Los, es ist fast... Muss ich es drehen? War es falsch rum? Das reicht schon. Ich hätte bestätigen müssen die ganze Zeit. Okay, dadurch geht dann... Dadurch geht dann dieses... ...diese Tür auf. Und ich kann mich hier durch die Wand quetschen, okay? Ich habe Angst, dass jetzt hier irgendwie Spinnen kommen. Denn ich bin total arachnophob. Ich habe total die Angst vor Spinnen. Die kommt doch jetzt hier durch die Wand, oder? Ne, ich bin... Bin ich entkommen? Boah. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Kommt jetzt die Oma? Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Meint sie mit sie die Familie oder die Oma? Kommt diese Gabe ursprünglich von der Oma? Vielleicht ist es ja wirklich so, wie ich gesagt habe. Und die Oma ist am Ende die Ober... ...böse. Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Geht sie jetzt da rein in die... Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen! Und du, passt verdammt nochmal nicht auf! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen? Missstückt! Wer? Die kleine Wer? Ist... Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen! Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Die dreht ja vollkommen am Rad gerade. Kann die bitte einfach weggehen? Sie kommt nochmal, oder? Was macht die da? Das klingt, als würde sie gerade so wild um sich schlagen und treten und so. Ich gehe nochmal wieder hier rein. Warum kannst du nicht hier wieder... Okay. Okay. Ich bin auch in die falsche Richtung gegangen. Ich muss mich hier hinter verstecken. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sehen, verdammt nochmal. Ja. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Es tut mir leid, wenn ich hier nicht so viel rede. Aber... Ich glaube, es ist auch für die Atmosphäre erträglicher, wenn ich nicht so viel rede. Und ich habe einfach auch derbe Schiss gerade. Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Ich nehme euch niemals an. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du fass von Stammt nochmal nicht auf! Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen! Wieso der Schuld? Wieso Teil der Schuld? Die kommt jetzt hier irgendwie aus der Seite raus, oder? Sieht nach einem Teil von etwas aus, ja. Wie komme ich jetzt hier... Ah, da ist noch eine Box. Das ist Zoe und ihre kleine Schwester, oder so. Wo denkst du, dass du hingehst? Ah! Ethan! Ethan, bitte! Ethan, Ethan! Nein! 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 Okay. Scheinbar scheint es da noch ein kleines Mädchen zu geben. Und dieses kleine Mädchen... ... scheint, äh... ... die schlimmste von allen zu sein. Oder? Ich meine, die Mutter hat gefragt, äh... ... das... ... gesagt, das wird ihr bestimmt nicht gefallen. Was haben sie dir angetan, Mia? Das ist eine außerordentlich gute Frage. Was... Da steht... ... Margaret, bring den Hippie Miss Keria. Gut, das habe ich schon mal gelesen. Da unten ist ein Wohnwagen. Ich habe schon wieder was gehört. Kann das hier aufgebrochen werden? Mit dem Messer? Nein, kann es nicht. Kann ich bitte hier runter und nochmal speichern? Irgendwie stützt er sich so hier dran, ne? Aber ich kann das Ding hier nicht wegschieben. Ich kann hier auch nicht irgendwie rüber... Aber ich kann da runter, oder? Jo. Ich kann hier runter springen. So kann ich jetzt nochmal speichern. Und dann... ... würde ich sagen... ... es ist eine Menge passiert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder... ... bei Resident Evil 7. Bis dann, Leute. Ciao. Eu jetzt mal deine Prologue. ... ... Also nicht gut. Und family. Ich habe gem野 земchen. Wir sind die Tみu. Die T premi lodge sodanniert... Wir sind die Tü competitors. Ja? Wir sind die Tücher. Untertitelung des ZDF, 2020